Und diesmal warte ich, bis er angreift. Oh, und schon greift er an, krass. Das ging aber schnell. Komm schon! Nein, er haut mein Teil! Oh, fuck! Egal, das kann ich immerhin ihm erstmal mindestens zwei Kronen abziehen, wenn er eins von mir zerstört hat. Läuft bei mir. Guck, wie übermütig er direkt wird hier und meint, er kann mich jetzt einreißen. Gott, scheiße, er reißt das auch ein. So, meine Freunde, ich höre euch alles um die Ohren, was ich habe. Viel Spaß damit, Junge! Oh, was liegt denn da rum? Eine Bombe! Ach, komm! Ey, mein ultrageiler Angriff ist jetzt komplett zum Überliegen gekommen, wegen so einer dreckigen Bombe, die da oben lag. Jetzt muss ich meine Base da unten schützen, Mann, das fuchst mich jetzt. Das hätte ich jetzt geholt, locker, wenn die Bombe da nicht gewesen wäre. Er hätte erstmal oben verteidigen müssen, aber so geht es natürlich nicht, ne? Nur ein Krönchen, das ist natürlich sehr wenig, ne? Vier brauche ich noch. Abwarten, abwarten! Ja, viel Glück für dich, mein Freund. Wow, wie er macht wow, bin ich gut! So ein Drecksack, ey. So, beidseitiger Angriff, Zachary. Nein, wer sich freut, Mann! Weil es so knapp für ihn steht. Wow! Ich will kein wow hören. Guck, wie knapp das ist. Ich hätte sogar so eine komische Attacke, wo ich ihn einfach sofort... Bam! So. So, du Zach. Das ist der Zachary. Jetzt bist du dran, mein Freund, jetzt bist du dran! Oh, scheiße, ich bin auch dran. Oh, nein, die haben meinen Knill zusammengerissen! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Neeein! Oh, scheiße! Komm, schau, wieso da stehen die Frauen und verteidigen? Nein, da kommt der Schuss! Alter, so ein krasser Freak, man! Gutes Spiel, mein Sohn! Ich hab mich fast aus der Schlinge gezogen. Hoffentlich der letzte Kampf. Es fehlen noch zwei Kronen. Die hol ich natürlich locker rein, Mann! Locker! An der Stelle auf jeden Fall mal alle Daumen nach oben, die ihr habt... Ah, ich kann schon wieder an! Ich fickte wieder! Alle Daumen nach oben, die ihr habt für den Kampf gerade eben. Ich fand den sehr gut. Der war schon ziemlich ausgeglichen. Es war schön. Es war schön. Und ich weiß nicht, was ich hier schon wieder mache. Das ist Allian wahrscheinlich. Allian. Okay, warte mal, warte mal. Ich mach jetzt noch das nächste Häuser. Und jetzt gucke ich, dass ich ihm Saures gebe da oben. Okay, jetzt gebe ich ihm Saures. Achso, jetzt ist meine eine Butze zerstört worden. Irgendwie schlecht. Einfach mal noch kurz abwarten. Jetzt hole ich diese Musketierin. Und jetzt kann ich das abwarten. Schön abwarten. Warte noch kurz. Warte! Ah, fuck. Ja, warum ist es nicht gesetzt? Scheiße, das ist da oben jetzt tricky. Das werde ich nicht aufhalten können. Die Zerstörung des Turms. Oh Gott, ich glaube, ich kann die ganze Zerstörung generell nicht aufhalten, Mann. Er kommt mit dem Ritter und dem Knilch. Er hat einen zweiten. Ich bin down. Ich schaffe gar nichts mehr hier. Oh, ein down-Ritter! Alter, was ein Lacker. Auch, dass er die geilen Karten jetzt alle so am Stück hat, Mann. Hat er die gespart oder was? Oh, scheiße. Er hat mich komplett zerstört. Alter. So, du Sack. Was machst du da, hä? Lass mich dem mal entgegnen mit diesen Geschichten. Und zusätzlich mit dieser Frau hier. Ich versuche mir jetzt hier einen ordentlichen Schwung an Code einfach entgegenzusetzen. Ach, Mann, da kommt schon wieder hier drüben. Kommt da angerannt. Shit, Mann, er hat auf 500 runtergeklopft. Das ist krass. Es wird schwierig, ich glaube, der ist etwas stärker als ich da. Aber eine Krone werde ich noch kriegen. Er hat halt die ganze Zeit diesen verschissenen Bombenturm gehabt, der jetzt endlich weg ist. Das war ein bisschen unangenehm. Komm schon! Ritterchen! Komm schon, noch 154! Schmeiß deine scheiß Bombe einmal! Hopp, eine Krone, Mann! Wird da wohl drin sein! Nur noch 38! Ich will jetzt diese verschissenen... Ja, also. Jetzt fickt er mich. Aber eine Krone noch geholt. Immerhin! Okay, so. Noch eins spielen. Dann haben wir es. Und ich lasse ihn jetzt kommen, den Schack. Komm her! Komm zu mir! Er will nicht angreifen. Okay! Der Drache macht sogar Area-Damage, oder was? Crazy! Alles rein jetzt. Alles rein, was ich habe. Scheiß auf alles da. Scheiß auf jede Vorsicht! Ich muss eine Krone holen jetzt hier. Gebran! Und? Nein! 48! Das ist ein sackiger Sack! Kommt, einer kann jetzt einen verschissenen Pfeil schmeißen. Oh mein Gott, das... Ja, komm jetzt. Na also, uh! Und ich bekomme jetzt alle drei Kronen, wo ich doch nur noch eine brauche. Also, rast dich aus, Mann! Der geht rast aus! Ah, das ist jetzt aber echt scheiße, dass der jetzt hier auf meinen Scheiß kotzt. Also, ich denke, ich kann hier meine, ähm... meinen Sieg auf jeden Fall, äh, holen. Locker. Hat er jetzt innerlich aufgegeben, oder wie? Ja, sieht so aus. Naja, alles klar. Drei Sterne Sieg jetzt noch am Schluss. Äh, behindert, aber wahr. Kann man nichts machen. Und jetzt öffnen wir noch die Säge. Oh, wir können auch noch eine Zufallskrone, äh, Truhe öffnen. Oh, so fucking delicious. Oh, so rich like a bitch. Clash Royale, wir sind damit durch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Daumen hoch und so. Tschau! Tschau!